Hallo lieber Hagen, erstmal von unserer Firma ein neues. Also wir haben ja den Desiro HC. Den haben wir hier auf der Intermodellbau als neues Muster vorgestellt. Das ist eine Neuheit aus dem letzten Jahr. Wir haben aber auch den Sylter Inselbus, wir haben den Containertragwagen und wir haben den Schwerlastwagen SST22. Im Zubehörbereich haben wir natürlich jede Menge. Da haben wir unsere liebe Lena, die das mit Sicherheit gleich einmal kurz präsentieren kann. Wir haben ein wunderschönes Stellwerk. Das ist ein mechanisches Stellwerk aus Dortmund-Löttinghausen. Und ich glaube, dass das für ganz viele was Interessantes sein könnte. Und das zeigt vor allen Dingen, dass mit LaserCut alles so möglich ist. Es ist also komplett aus Karton. Wie auch dieses Bahngebäude, in das man sehr ungewöhnlich von hinten in den Wohnbereich schauen kann. Es ist das Bahnhofsgebäude von Kamen und wenn man so will, eine Hommage an den Ort, in dem die Modellbahnunion zu Hause ist. Wir haben hier was ganz Exotisches. Der Zero HC, der fährt nämlich auch in Ägypten. Und weil Siemens das Rollout hatte im letzten Jahr, haben wir natürlich auch gesagt, wir helfen euch, damit das alles viel schöner ist und haben auch das Modell realisiert. Das ist ein Modell, was in einer ganz kleinen Stückzahl bei uns erhältlich sein wird. Weil wir wissen noch nicht ganz genau, wie viel Siemens nehmen möchte. Und eine ägyptische Variante, lieber Harald, ich glaube, so viele Interessenten wird es nicht haben. Aber ein paar werden wir für uns natürlich frei haben. Was viele Interessenten findet, ist unser D-Zero HC in der RRX-Variante von National Express. Da haben wir zwei Betriebsumann-Varianten angekündigt und eine Abelio-Variante. Hintergrund ist, Abelio gibt es nicht mehr und bei National Express, die fahren jetzt natürlich noch ganz frisch durch die Gegend und sehr oft in Doppeltraktion, was bei dem Modell natürlich auch möglich ist. Ihr habt dieses Jahr irgendwie Geburtstag, oder wie war das? Oh, das stimmt. Wir haben 25 Jahre Modellbahnunion und 20 Jahre DM-Toys. Das Ganze feiern wir am 28. und 29.06. bei uns am Standort in Kamen, Gutenbergstraße 3A.